Kommt gerne nach vorne, wir gehen zusammen, wir gehen einfach mal so zusammen. Einfach nach vorne. Und da schauen wir mal ganz genau auf eure Leistung, was die Jury gesagt hat. Katrin und Valentin, bei euch sagt ihr vorher, das war Hollywood pur. Wer darf kommendes Jahr das Opening der Kennenlernshow choreografieren? Wer kriegt diese beiden schönen Pokale und vor allem jeweils einen Bono-Jury-Ranking-Punkt für die nächste Staffel, der euch und auch einen dann zugeordneten Promi vor dem Ausschein retten kann? Die diesjährigen Profi-Challenge sind... Malika und Joel! Herzliches Glück!